Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore für den Super Nintendo. Das letzte Mal haben wir nach einem langen und das war doof, Moment, das machen wir nochmal, nach einem langen und hartsträubend nervigen Kampf gegen Erwin, die letzte der benötigten Komponenten erhalten, die wir brauchen, um die Rakete zur Raumstation ans Laufen zu bringen. Allerdings möchte ich, bevor wir uns wieder auf den Weg nach Gotika machen, noch ein paar Zutaten einkaufen. Nehme ich einmal hier, ja, 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 passt schon, äh, ne, Formeln will ich nicht, aber Zutaten will ich kaufen. Ähm, nehme ich wieder ein paar Kalksteine, meine Güte, bin ich reich. So, und, äh, Pfeffer brauchen wir nicht, Öl, Wachs nehmen wir auch nochmal mit. Okay, ähm, Asche, Wasser, äh, nehmen wir noch ein paar Knochenteile mit. Ich hab genügend Geld. So, ja, das speichern wir nochmal, das Ganze. Und auf Wiedersehen. Und an dem Kampf gegen Erwin bin ich auch wieder, äh, so. Zwei, oh, danke. Zwei Stufen nach oben gelevelt. Ähm, ja, Haufen Zeug. So, wir machen uns zurück nach Gotika, und zwar genau hierher, dort sind wir nämlich am Schreckensfels. Zack. Und landen direkt bei Dr. Gallenstein. So. Da haben wir ihn. Hallo, Decay, hast du die fehlenden Teile besorgt? Na klar. Wir geben das Ventil weg, das Wagenrad und die Diamantenaugen. Sehr gut, das hast du gut gemacht. Ja, das, äh, weiß ich. So, dann wollen wir mal, wenn ich etwas falsch mache, macht es Puff. Hm. Also ich drücke mal hier drauf, bewege diesen Hebel und nun drehe ich an diesem Ding. Man hat irgendwie das Gefühl, er weiß eigentlich gar nicht, was es tut. So war es, es scheint zu gehen. Hm, will ich da wirklich rein? Das ist es, Decay, du begibst dich dorthin, wo noch nie ein Mensch zuvor war. Sorry, aber ich war dort schon mal. Oh. Nun, du bist noch nie aus einem Turm gestoßen worden, ohne zu wissen, was abgeht. Das stimmt. Okay, los geht's. Sehr gut. Und? Unsere Rakete wird starten. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, und null. Und? Bäm. Die Rakete startet tatsächlich. Wuhu. Wir machen uns auf den Weg zur Raumstation nach Assytopia. Oder auch nicht, da der Bildschirmübergang sich wieder aufgehangen hat. Und wieder. Und wieder. Okay, ich schneide einfach bis zu dem Moment, wo wir ankommen. Bis gleich. Und da sind wir. Boink, boink, boink. Und? Ja, nochmal boink. Dankeschön. Und. Klunk. Wo sind wir nur? Wir sind in der Kanalisation von Assytopia und unser Hund hat sich schon wieder verändert. Ja, ein tolles Schiff. Gallenstein hat gute Arbeit geleistet. Emero, was ist passiert? Du bist so metallisch. Du erinnerst mich an den Angriff der Riesentoaster. Na ja, wenigstens kann man dich als Brotwärmer gebrauchen, wenn schon nicht als Wachhund. Ja, schön. Emero, das war nicht so gemeint. Moment, wir sollten jetzt nach Professor Seltsam suchen. Genau, und das werden wir auch gleich tun. Hier werden wir von ein paar Tentakeln angegriffen. Und da drüben, da oben war das, glaube ich, irgendwo, genau. Dort treffen wir auf einen Wachroboter. Der heißt EDA8. Die Wächteeinheit des Metallagers. Wächteeinheit Toku7 ist nicht zum Dienst erschienen. Ich habe die Nachricht erhalten, dass er am Forschungslabor festgehalten wird. Ich darf hier jedoch nicht weg, um ihm zu helfen. Wenn du dort bist, soll ich doch bitte alle Wandschalter ausprobieren. Das werden wir natürlich tun. Ähm. Bäm. Cool, mein Hund hat Laseraugen. Ähm. Allerdings will ich hier erstmal irgendwie wieder rauskommen. Hm. Ich glaube, da muss ich weiter hoch. Da unten der Teleporter ist später wichtig. Ähm. Da kommen wir vorbei. Da, hier, da. Höh. Und da hoch. Wunderbar. Leucht. Und damit befinden wir uns jetzt ganz offiziell in Asitopia. E-Miro hat gerade mal einfach so einen Gegner weggehauen. Ähm. Ui. Da hat mich doch gerade was verfolgt. Hm. Ah. Stürbe. Okay. Ähm. Diese Ventilatoren hier können uns wegdrücken. Äh. Können wir die schon kaputt machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht erst viel später. Ja. Jetzt noch nicht. Im Moment muss ich mich einfach damit abfinden, dass sie mich noch ein bisschen zur Seite drücken. Hier drücke ich jetzt einfach alle Schalter. Nioh. 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 Und dann schauen wir mal, was passiert. Da ist. Äh. Die andere Wächteeinheit. Wie ich das im Namen nicht vergessen habe. Der Raptor dort wird uns vernichten, wenn du uns nicht hilfst. Oh nein. Aber. Kein Problem ist leicht gesagt. Das ist ein bisschen ein Problem. Da der Raptor extrem viel aushält. Ähm. Auf den wird man später nochmal treffen. Ich werde die Statuswerte auch erst dann einblenden. Aber. Äh. Ich kann schon mal so viel sagen. Der hält verdammt viel aus. Und teilt richtig bösen Schaden aus. Wie man vielleicht bemerkt hat. Äp. Äp. Ai, 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 ai. Lass mich in Ruhe. So. Ich meine, es ist ja schön zu sehen, dass ich jetzt... ...mittlerweile ein bisschen eine Herausforderung habe. Oh meine Güte. Geh weg. Hör auf mich zu hauen. Finde ich nicht nett. Äh. Na los. Komm schon. Ach. Komm schon. Äh. Äh. Schon wieder verfehlt. Äh. Er will nicht sterben. Danke. Oh meine Güte. So. Genug. Danke für den tollen Nektar. Das fand ich auch jetzt so dolle wichtig. Äh. Äh. Du da. Weg. Danke. So. Wir haben die Wächteinheit befreit. Danke für die Befreiung. Bitte nimm das hier an dich. Und wir erhalten... ...das Laserschwert. Hm. Das Laserschwert ist, ähm... ...mit dem Schleifstab die stärkste Waffe, die ihr im Spiel finden könnt. Ansonsten, falls ihr den Schleifstab nicht haben solltet, gibt's später noch eine bessere Waffe. Soweit jetzt allerdings, ähm, so ziemlich das Beste, was ihr finden könnt. Und, ähm... Ich werde euch auch jetzt noch ein Geheimnis zeigen. Ne, ein paar werde ich euch noch zeigen. Denn, äh, ich kann jetzt erstmal nicht zurück nach Prähistoria, um diese Waffe aufzulabeln. Werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Ich würde jetzt gerne da runter. Bitte? Darf ich? Hallo? Ich will da runter. Oder darf ich das erst später? Denn, ich möchte mir dann noch meine Alchemieformel abholen. Jetzt gehen wir erstmal da hoch. Ähm. Irgendwie komme ich doch auch da runter wieder. Oder nicht? Ja, so. Okay. Also, wir gehen da rum. Gehen da. Danke. So. Ähm. Nochmal den ganzen Weg zurück. Zack, zack. Paar Ratten, paar Tentakel. Da nochmal rum. Den brauchen wir immer noch nicht. Aber wir reden nochmal mit der Wächteinheit hier. Für den Nichtroboter bist du sehr tapfer. Ich danke dir, junge Mensch-Einheit, mit der Zauberspiegel-Formel. Ähm. Hoffentlich handelst du nicht genauso unlogisch wie andere Mensch-Einheiten. Diese Zauberspiegel-Formel werde ich nicht anlegen, da die zu diesem Zeitpunkt absolut unnötig ist. Ähm. Der Zauberspiegel macht folgendes. Er wehrt, äh, alchemistische Angriffe ab. Allerdings gibt es im gesamten Spiel nur noch einen Gegner, der irgendwelche alchemistische Angriffe verwendet. Das ist ein einziger Boss. Ähm. Ja, absolut überflüssig. Absolut überflüssig. So. Wir gehen weiter. Wenn ich ganz kurz mal gucken, auf meine Notizen. Okay, gut. Wir laufen immer noch weiter. Lassen uns vom Ventilator ein bisschen wegdrücken. Den Raptor lasse ich mal da unten eingesperrt. Und, ähm, ja, wir gehen einfach mal ein bisschen auf Erkundungstour. Oder auch nicht. Ähm. Moment, konnte ich da nicht? Genau, mit meinem Hundi kann ich hier raus. Öp, öp. Au. Oh, ich habe ihn noch erwischt. Ey. Mann. Jix. Zack, zack, zack. Bämps. Komm schon. Stirb. Ähm. Was machst du da unten? Ähm. Bitte hör auf zu sterben. Danke. So, wir gehen noch mal mit dem Hundi da hoch. Machen diese lustige Kugel da kaputt. Äh. Da steht jemand scheinbar wirklich auf Schmerzen. Yes. Es ist. Na los. Komm schon. Okay, gut. Das wäre auch erledigt. Jetzt will ich da bitte wieder rein. Danke. Danke. So. Du stirbst. Äh. Jeder ist ein absolut nerviger Gegner. Au. Yay. Tausend Kreditkarten. Die Währung in Asitopia. Ja. Ähm. Gehen wir nach A2. Gehen wir nach A2. Was haben wir denn hier Feines? Hier haben wir ein paar Shops. Objekthandelsprogramm aktiviert. Wahltreffen. Ähm. Brauche ich alles nicht. Lass mich in Ruhe. Äh. Zutaten kaufen. Ähm. Würde ich gern. Aber ich würde gern erst meine Währung eintauschen, wenn es geht. Ähm. Munitions- und Rüstungsprogramm. Währungstausch. Was möchtest du? Krallen. Okay. Und. Juwelen. Okay. Wow. Und. Goldmünze. Wow. Ich bin steinreich. Holy moly. Okay. Gut. Dann können wir uns ja jetzt mal ein bisschen ausrüsten mit einem Stahlpanzer, mit dem Blitzableiter und dem Cyberhandschuh. Vorerst. Ähm. Da. Äh. 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 werde ich mich mit ein paar Zutaten ausstatten. Das war nämlich ein paar Federn. So, Ethanol haben wir, Öl haben wir, Dynamit nehme ich ein bisschen was mit, Eisenerz natürlich. Zack, ein paar Pilze. Okay. Gut. Das war so ziemlich erstmal das Wichtigste. Hier brauchen wir nichts. Bazooka-Munition werde ich mir jetzt auch noch keine kaufen. Da gibt es später mehr als genügend Möglichkeiten, die herzubekommen. Jetzt will ich erstmal wissen, was es da unten so ein bisschen gibt. Das sind Dustbots. Die tun nichts. Rot, Blau, Moment. Rot, Blau, Grün. Das muss ich mir tatsächlich notieren. Das ist eine wichtige Kombination, die so. Äh, die bei jedem Spiele Durchlauf neu ähm, neu zusammengestellt wird. Vorunreiniger werden terminiert. Oh nein. Willst du damit sagen, ich bin Waschprogramm aktiv. Heißwachs, Aktivschaum, Ionen-Schrubber aktiv. Ultra-Reinheit mit Leo 1. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, lässt du mich? Danke. Ähm, ah, jawohl. Das war das, das war das Inn. Da kann ich mich heilen. So. Nochmal speichern. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Und, ja, ich denke mal, hier werden wir wieder rausgehen. Bitte. Danke. Äh, jetzt sind wir in B2. Und hier sind mir immer noch viele, viel zu viele Verteidigungsminen. Diesen Missstand werde ich gleich auch mal beheben. Wo renne ich eigentlich gerade wieder rum? Und warum bin ich nicht bei meinem Hund? Bleib mal, wo du bist. So, da ist nichts weiter. Da kommen wir später zum Boss. Äh, was war denn das jetzt? Okay. Nups. Au. So. Den hätten wir auch erledigt. Da haben wir noch ein bisschen was. Ai, 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 ai. Au, au, au. Ja, ist, boah, meine Herren. So. Uh. Das tut alles weh. Mensch. Also wirklich wehtun tut's nicht, aber ich komme an den nicht ran. Hm. Komm schon, stirb. Danke. Ähm. Wo sind wir hier? Bei B1? Wollte ich nach B1? Keinen Plan. Wir gehen einfach mal hin. Ähm. Ich sollte vielleicht zuerst aber meinen Hundi wiederholen. Wäre vielleicht ganz praktisch. so. Ai, ai, ai. Da will's aber wieder jemand wissen. Au. So. Komm schon, stirb. Autsch. Oh, das tut grad voll weh. Meine Herren. Danke. Wow. So, wir gehen nicht nach B1, denn dort gibt's nichts zu sehen. Wir gehen weiter. Wenn ich diese Mine da oben erledigt hab. Oh, Mann. Äh. Piu. Piu, piu. Na, komm schon. Danke. Ähm. Wir gehen mal nach C1. Allerdings brauch ich dafür meinen Hundi. So. Darf ich dann bitte da runter? Ja? Nein? Nein? Eher nicht? Nee? Gut, dann gehen wir hier auch nicht lang. Och, komm. Piu. Daneben. Was kannst du überhaupt, du dover Hund? Au. So. Okay, wunderbar. Ähm. Ich will Hundi wieder sofort. Geh da rein. Nein? Nein, fertig. Hundi. Du schaffst das. Nein. Na los. Na los. Oh, stirb doch. Danke. Ähm. Gehen wir vielleicht nach C2. Ja, da können wir hin. Oh, was ist denn das? Äh, jetzt habe ich die Ventilatoren angemacht. Und jetzt sind sie aus. Hm, da drüben hat sich auf jeden Fall was verändert. Okay. Gut, ich nehme es jetzt einfach mal hin. Ähm. Da geht es nicht weiter. Da. B2 war B2 war des Einkaufsdingens. Kam ich da nicht noch irgendwie weiter? Moment. Was haben wir denn da noch? C3. C4. B4. Komme ich dann nach B4? Hm. Komme ich rüber nach A3? Auch nicht. B2. C2. C2. D2. D1. Vielleicht kann ich doch nach C1? Ich habe jetzt diesen Schalter aktiviert. Vielleicht lag es daran. Schauen wir mal. Oh, du schon wieder. Schauen wir mal, was du von meiner Faust hältst. Aha. Wusste ich doch, dass du die gut findest. Wunderbar. Kann ich jetzt da rein? Ja. Prächtig. Ich glaube, von den Dingern sollte ich mich so ein bisschen fernhalten. Die sehen mir ziemlich warm aus. Au. Ja, doch. So. Oh, ein Container mit einem Lampenschirm. Lampenschirm? Ist das vielleicht irgendein komischer Ausrüstungsgegenstand? Ja, ist es. Warum Lampenschirm? So. Naja, egal. Egal. Ich wundere mich nicht mehr. Ähm. Gut. Damit sind wir jetzt nach D1 durchgedrungen. Du kriegst mal wieder die Faust des Todes zu spüren. Blödes Ding. Danke. Oh, Mann. Komm schon, Hundi. Hundi regelt alles. Laser. 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 Daneben. Schlecht gelasert. Jips. Wunderbar. Ah, hopp. Okay, jetzt können wir nach D2 und da, Hundi. Mal wieder. Oh, Mann. Nicht schön. Oh, Mann. Äh? Sehr gut. Ähm, ich geh grad da drüben rein. Da wartet schon wieder ein Bastet. Darf ich da rein? Bitte? Ja? Ne? Doch? Danke. Darf ich da runter? Wow, das ist ja lieb. Oh, Kringel-Dingers. Teile. Geht kaputt. Aua. Ähm. Kontrollzentrum. Gib den dreifachigen Sicherheitskommand ein, um den Alarm zu unsichern. Ähm. Okay, gut. Bla, bla, bla. War natürlich jetzt falsch. Ich möchte vorher noch mal kurz was schauen. Lock. Genau das war diese lustige Geschichte. Wir machen die Beleuchtung hier erstmal an. Das ist vorerst wichtig. Später machen wir sie wieder aus. Die Treibhausbeleuchtung machen wir aus. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich mach's mal ganz kurz an. Ihr seht ja hier diese Pflanzen. Die töten euch beim ersten Treffer. Selbst falls man Aura aktiviert haben sollte. Ähm. Es bedeuten diese Dinger einen Instant Kill, wenn das Licht nicht aus ist. So. Dann gibt's eine zweite Geschichte hier. Und zwar seht ihr hier dieses Panel mit Lock. Ähm. Hinter diesem Panel verbirgt sich ein äh, optionaler Zwischenboss. Dieses Panel öffnet sich, wenn man hier einen bestimmten Code eingibt, den man im gesamten Spiel nicht erfährt, der jedes Mal zufällig generiert wird. Und der auch nicht nach irgendeinem bestimmten Muster abläuft. Das heißt, hier komm ich nur durch reines Ausprobieren durch. Das heißt auch, dass, ähm, wenn ich den richtigen Code eingebe, ähm, euch das nix bringen wird, denn eurer wird ein anderer sein. Ähm, deshalb werde ich jetzt erstmal das Kringelding hier kaputt machen. Kringelding! Stirb! Danke. Werde jetzt hier einen Safe State setzen. Werde eine Kombination nach der anderen durchprobieren. Und werde hier einen Schnitt setzen. Und mich wieder zurückmelden, wenn ich denn den richtigen Code eingegeben habe. Also, bis gleich. Ja, scheinbar war es das doch irgendwie gewesen. Ähm, meine Kombination war blau, grün, rot. Ähm, ich mache hier nochmal einen Safe State. Ähm, wie gesagt, verlasst euch da nicht allzu sehr drauf. Jedenfalls können wir jetzt hier den optionalen Boss umhauen. Ähm, er ist wirklich komplett optional. Ähm, und hat mit dem restlichen eigentlich gar nichts großartig zu tun. Wir hören schon die Bossmusik. Und wir treffen auf die zwei Gesichter. Eins links, eins rechts. Wenn sie dann mal erscheinen würden hier, kriege ich gleich mal volle Kanne, eins auf die Möhre. Hörst du auf, dich zu heilen? Kann ich auch. So, bitteschön. Ähm, so. Ja, kommt schon. Also sie haben euch, außer ein paar Zaubern, wirklich nicht viel entgegenzusetzen. Allerdings kommt diese Zauber halt in sehr, sehr, sehr schneller Folge. weshalb ihr vielleicht ein bisschen in Bedrängnis kommen könntet, wenn ihr eure Alchemie nicht richtig vorbereitet habt. Ups. Au. Au. So. Okay. Gut. Bams. Bams. Und das war's gewesen. Das waren die Fratzenwände. Es gibt 2000 Kreditkarten für den Sieg. Ich kriege nochmal ein paar Hitzeblitze übergebraten. Und ach ne, das war's nur mit der einen. Ha ha ha. Ich dachte, ich hätte sie jetzt schon beide erwischt. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Na gut, egal. Jetzt haben wir es nur noch mit der einen zu tun. Ist natürlich jetzt wesentlich unproblematischer. Wenn sie dann mal wieder erscheint. Magst du dann bitte vielleicht? Hallo? Hallo? Danke. Bams. Bams. Schwertschlag kriegst du auch noch über. Röms. Röms. Bams. Röms. Tod. Und nochmal 2000 Kreditkarten. Damit haben wir beide Fratzenwände besiegt. Und erhalten für unseren Sieg ne Kleinigkeit. 30 Plasma-Raketen für unsere Bazooka. Ähm. Ja. Mehr gibt's bei dem Boss auch nicht. Viel Geld. Ein paar Erfahrungspunkte. Ein paar Plasma-Raketen. Hm. mehr braucht man da nicht erwarten. Und wie gesagt der ist auch nicht zwingend notwendig um vorankommen zu können. Ähm. Jetzt gehen wir nochmal den richtigen Code natürlich ein. Kontrollzentrum. Jawohl. Ähm. Der war rot blau und grün. Damit haben wir im Kontrollzentrum die Sicherheitsbarriere entriegelt. Jetzt will ich da nochmal kurz schauen. Das Licht im Treibhaus bleibt aus. Das Licht im Lagerraum an. So. Und da sind wir wieder. Da muss ich ganz kurz unterbrechen. Wegen Telefon. Aber ähm. Ich würde sagen wir beenden hier sowieso einstweilen den Part soweit. Ähm. Ja. Wir sind so langsam kommen wir unserem Ziel näher. Und ich hoffe das lässt mir euch so weit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.